so da sind wir wieder heute etwas schwer spät aber ich werde trotzdem noch online kommen und wir haben natürlich wieder beziehungsweise ihr habt alle die chance natürlich den skin zu gewinnen entweder nachtlicht oder einen von den ganzen skins sind ja wieder einige den gibt es in 28 verschiedenen varianten dann was gibt es noch gestern wurde der zuschauer rekord geknackt deshalb haben wir jetzt einen sich zuschauer ein skin wurde wieder verlost gewonnen hatte liebe monkey erst mal noch mal gg an der stelle mal gucken wer der nächste ist bzw wenn wir den zuschauer rekord natürlich noch abbrechen also kurz und knackig wenn du irgendwas aus dem shop kaufen willst zum beispiel den kleider ich sag nur ug dann gerne auch mein creator code benutzen yt-family hack wenn du noch nicht bei twitch dabei ist einfach in der video beschreibung abchecken ich gehe nämlich da jetzt direkt wieder online und in dem sinne ganz kurz und knackig haut rein so